Die neue Benning CM11 True RMS Milliampere Stromzange wurde speziell für die präzise Messung kleiner Ströme bis maximal 20 Ampere AC und 10 Ampere DC entwickelt. Aufgrund der sehr guten Messeigenschaften eignet sich die Benning CM11 besonders zur Diagnose und Fehlersuche in elektrischen Anlagen und Geräten, Brandmelde und Alarmanlagen und der Steuer- und Regelungstechnik sowie im Kfz-Bereich. Alle Messbereiche verfügen über eine automatische Bereichswahl und einen Überlastschutz gegen Fehlbedienung. Der kompakte Stromzangenkopf besitzt eine effektive Abschirmung gegen störende Fremdfelder und erlaubt mit 23 mm Öffnungsweite auch das Umschließen größerer Leitungsquerschnitte. Die Benning CM11 eignet sich für vielfältige Einsatzbereiche in der Kraftfahrzeugtechnik. Hochexakte Ruhestrommessungen sowohl am Hochvoltsystem als auch im konventionellen Bordnetz. Ströme an Aktoren und Sensoren können schnell und einfach erfasst werden. Messungen von Prozesssignalen ohne Auftrennung der Stromschleife. Präzise Erfassung von kleinen Gleich- und Wechselströmen mit höchster Auflösung von 0,1 mA. Schnelle und genaue True RMS Echteffektivwertmessungen von ACDC-Fehler- und Lastströmen. Die Benning CM11 besitzt integrierte Multimeterfunktionen zur Spannungs-, Widerstands- und Durchgangsmessung. Einsatz hochwertiger Sicherheitsprüfleitungen mit 4 mm Lamellensteckern zur einfachen Kontaktierung an optionalen Krokodilklemmen ist im Lieferumfang enthalten. Die Hold-Funktion friert den aktuellen Messwert im Display ein. Ein Nullabgleich kann bei Bedarf mit der Taste Zero in sämtlichen Messbereichen erfolgen. Beispielsweise um den Messleitungswiderstand für sehr genaue Messungen zu kompensieren. Im Widerstandsmessbereich können Widerstände von 0,1 Ohm bis 600 Kiloohm gemessen werden. Eine zuschaltbare Displaybeleuchtung erleichtert das Ablesen des vierstelligen LC-Displays auch in dunkler Umgebung. Die Taste MIN-MAX ermöglicht das Erfassen von Maximal- und Minimalwerten. In der Funktion Durchgangsprüfung erfolgt eine akustische Signalisierung bei Messwerten kleiner 100 Ohm. Ein versehentlich falsch gewählter Messbereich führt dank Überlastschutz nicht zur Beschädigung. Die CM11 gibt ein akustisches Warnsignal aus. Die neue Benning CM11 deckt durch ihre hohe Genauigkeit auch bei sehr kleinen Strömen und die universellen Messbereiche erstmalig Anwendungsfelder in einem Gerät ab, für welche bisher zusätzlich eine teure Prozessstromzange erforderlich wurde. Die automatische Messbereichsumschaltung wählt stets den passenden Messbereich. Eine manuelle Umschaltung ist ebenso möglich. Der Spannungsmessbereich von 600 Volt für Gleich- und Wechselspannungen ermöglicht direkte Messungen in Niederspannungsinstallationen. In ihrer bislang auf dem Markt einzigartigen technischen Auslegung, welche True-RMS-Messverfahren, hohe Genauigkeit auch im niedrigen AC- und DC-Milli-Ampere-Bereich und Multimeterfunktionen in einem einzigen Messgerät vereint, ist die Benning CM11 das ideale Diagnosewerkzeug für alle Elektrofachkräfte, Servicetechniker und Instandhalter im Elektrohandwerk und der Industrie.